Hi, schön, dass du wieder eingeschaut hast zu einem neuen Wochenshop. Und in dieser Woche gibt es tolle Angebote, tolle Pakete. Man kann nicht mehr gerne über die Woche. Wir schauen auf die Hauptseite. Es ist immer noch die Eiskönigin, die dort angepriesen wird. Aber wenn man sich im Shop befindet, sehen wir schon gleich eine Sache. Und zwar gibt es wieder was kostenlos, ein kostenloses Skin-Paket. Was ich sagen kann, ladet es euch runter. Das ist ein gutes Paket. Ihr seht schon die Skins. So kleine Mini-Skins mit jeweils Items auf dem Kopf. Hier zum Beispiel so ein Lucky Block. Das erinnert so ein bisschen an Mario-Zeiten. D&D-Block, ein Creeper, ein Schleim, ein Diamant-Block und dann sogar ein Bienenkopf hier. Also von daher, Freunde, das Erste, was ihr tut, ladet euch das runter. Dann haben wir schon gleich erstmal das kostenlose abgefertigt. Das haben wir uns freigeschaltet. Jetzt geht es einmal auf die ganzen Rabatte. Und zwar, wir haben Block Friday. Okay, nutzt die Zeit. Kauft euch jetzt die Pakete. Wenn ihr, sag ich mal, sagt, okay, ich wollte mir schon mal was kaufen, aber die Preise waren mir zu teuer. Jetzt gibt es ein bisschen Rabatt. 33% auf viele Sachen. Von daher mal durchschnuckern. Gucken. Für jeden war es bestimmt was dabei. Muss auch noch einmal gucken. Vielleicht tue ich mir auch noch, naja, nicht unbedingt ein Skin-Paket. Skins habe ich ja. Aber jetzt hier vielleicht noch so eine Map irgendwie mit Autos oder sowas. Sowas könnte ich schon gut gebrauchen. Gucke ich mich auch noch ein bisschen durch. An sich die Pakete, die jetzt die Woche angepriesen werden, ist nicht unbedingt was dabei, wo ich jetzt sagen kann, das lohnt sich zu kaufen. Geht lieber auf die Rabatte, denn hier ist das Standardmist wieder dabei. Bei unseren Skin-Paketen sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Wir haben die Woche wieder 39 Pakete erhalten. Diesmal sind aber ein paar dabei, wo ich sagen kann, die kann man sich schon kaufen. Die Amerikaner hatten ja Thanksgiving. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Skins gibt es auch in Hülle und Fülle dafür. Und ich finde so ein, zwei Pakete, die kann man sich da schon mal ruhig rauspicken, mal gucken. Vielleicht gefällt der ein oder andere, der hat das Paket auch. Auch hier so der Hühnerstall, das Skin-Paket, finde ich auch eigentlich ein bisschen fetzig. Die Textur backt zwar ein bisschen beim Skin, aber so an sich, die Skins sind auf einem besseren Weg. Ich hoffe, da kommen mehr solche Pakete, denn ist es auch zu rechtfertigen, sage ich mal, die Preise dafür. Ansonsten, wenn ich hier so rumscrolle im Shop, ist nicht doll irgendwas noch zu sehen. Was noch dazu kam, wie gesagt, Rabatte, Black, äh, nee, Block Friday heißt das Ganze hier, ne? Da mal ein bisschen rumschnürkern, ansonsten halt kostenloses Skin-Paket abgreifen. Und dann war es das schon wieder für die Woche. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Start in die nächste Woche. Und schnürkert ein bisschen im Shop rum. Also, von daher, haut's rein und tschüss! Das war's. Und da ist es! Das war's.